Von den Arbeiten an unseren Bienen. Viel Spaß! Im Jahr 2018 haben wir uns die Bienen angeschafft. Hier sieht man eine schon zum Teil gefüllte Honigwabe. Hier ein Blick zwischen den einzelnen Rähmchen. Die Wagenkassen sind voll mit Bienen gefüllt. So muss ein Volk aussehen. Hier wird gerade das Winterfutter vorbereitet. Die Blätter, die man hier sieht, sind im Prinzip nur Einstiegshilfen für die Bienen. Das ist aber nicht so optimal. Wir sind dann wieder abgekommen und haben dann die Futterballons verwendet. Die sehen wir später noch. Das Zeichnen der Königin. Man muss hier sehr vorsichtig vorgehen, damit man die Königin nicht beschädigt oder quetscht. Sonst kann es passieren, dass sie dann keine Eier mehr legen. Die Zeichnung der Königin ist wichtig. Man kann durch den Farbcode das Alter der Königin erkennen. Diese kleinen Kästchen, die man hier sieht, sind die sogenannten EWKs. Hier ziehen wir unsere Königinnen selber. Im Frühsommer beginnen die Bienen zu schwärmen. Das heißt, die alte Königin zieht mit der Hälfte des Volkes aus und sucht sie eine neue Unterkunft. Verpasst man es, diesen Schwarm einzufangen, ist ein halbes Bienenvolk und die Hälfte vom Honig weg. Hier wird die Einfütterung für den Winter vorbereitet. In diesen Futterballons befindet sich der Futter-Sirup, den die Bienen bekommen. Zu Ende des Sommers findet die Thronenschlacht statt. Hier werden die männlichen Bienen aus den Stücken befördert. Sie werden im Winter nicht geduldet. Untertitelung für funk, 2017 Das war die Hälfte des Sommers mit der Hälfte des Sommers. Das war die Hälfte des Sommers zu erleben. Das war die erste Hälfte des Sommers ! Hier werden die Hälfte des Sommers mit der Hälfte des Sommers herstraschen.